Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe, wir spielen Battlefleet Gothic Armada 2 und ich glaube, wenn wir jetzt den Zug beenden, gibt es auch gleich auf die Schnauze fürs Chaos Starten wir mal, ich glaube, die wollten mich angreifen Entschuldigung, ich habe mein Headset mal zurechtgerückt, da kommen sie Alpha Legion, das sieht cool aus hier mit dem Helm Da möchte man nichts reinstecken Und die World Eaters Sechs nur Punkte Man könnte eine Autoschlacht machen, mache ich jetzt aber nicht Haben wir Nova-Kanonen dabei? Alter, Nova-Kanonen, wir könnten danach, wenn die Wenn die Flotten jetzt, sage ich mal, heile da rauskommen, können wir dann ihr System angreifen, von dem sie gerade kamen Und mit den Nova-Kanonen, richtig schön immer auf, ähm, ja Die Station, die Raumstation schießen Au, der hat ja keine Leute Ach du Scheiße, ich habe vergessen, die abzugraden Wir haben eine Nova-Kanone mit dabei Das ist eine Nova-Kanonen, genau, Nova und Omni-Share Ja, so So It wird's massagen, ne Ja, komm Wir pendeln hier mal so hin Zwei Fünf feindliche Signale Ich muss jetzt wirklich aber mit einigen Einheiten zurückbleiben Ah, der kann's zum Beispiel gar nicht Bühnerkacke Scheiße So gleicht sich das wieder aus, glaube ich Ja Dann, äh, ne Bis, bis morgen, du Da braucht ja Ewigkeiten Your orders Spire muss hinten bleiben Und da kommen sie auch Aber noch ein bisschen verteilt Ich hoffe, sie sammeln sich hier irgendwo Oh, 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 das hab ich nicht gesehen Eigentliche Jäger Haben wir Apani-Jäger Ah, doch, hat er hier So, alle Mann Frontbewaffnung, Feuer frei Frontbewaffnung Ja, ich warte, bis die noch anderen kommen Ah, die sind Gehen dahin Haben wir irgendwas Ja, komm, rede ich Rede ich Ich will jetzt Party machen So Party on Und Feuer Ah, der hat gut ein Mittel gekriegt Und der wird gleich Hier haben wir gleich Platz Meuterei Wunderbar Frontbewaffnung Feuer frei Hau da mal ab Ja Hier Mein Freund Das auch schießen Frontal Auf ihn Hat der Torpedos? Nein Und seitliches Feuer Auf ihn Oh, der will Ram Der will Ram Und Geh nicht ein bisschen schneller Fantastisch Schilde so runter Blitzangriff Und Dann machen wir auch Seitliches Feuer Weapons Kalibriert State your order Revier The Omnisire Schicken wir noch mal Trouble Rüber Noch ein Trouble Skitari Assault Successful Understood Feuer Und ab in die Plasma Bombe Super New ship ready Da haben wir schon Ah, was mach ich da Filter Schließen Ich will nix filtern Alle Mann Changing course Enemy sighted Impossible admiral Ich weiß nicht ob da noch was war Also nur heile We serve Ship ready Mmh Fury interceptors in flight Taking heavy damage Enemy sighted Ah, dann schießen wir darauf Feuer frei Boah, ist nicht schlimm Passiert Ah, scheiße Schon der zweite Ich dachte, das wär noch der erste Ein bisschen kam an Oh ja Oh, das ist ganz schlecht hier We are ready to serve Reporting successful boarding action Castellan Manipul teleported Target locked in Hm, nochmal ne Stasis Bombe Oh hier Receiving your order We serve Keine Bombe We wait your command Oh, die brauchen die Auf Blitzschlag Enemy ship Krippled By the lightning strike Okay, that's weg Scheiße Scheiße, ist das Schiff noch am Weg Komm, frontal bewaffnung Feuer Versuchen wir es mal kurz und schmerzlos zu machen Ah, die Torpedos kommen gut Oh, die kommen wirklich gut Your orders Jetzt setzen wir nochmal ein paar hinterher Schön in den Hintern rein Ah, nur einen getroffen Da so aus hätten sie einen abgeschossen Und einer hat noch getroffen Jo, das war's Jo, das war's Tja, no change Fürs Chaos Keine Gnade Tja, und wieder war das Imperium siegreich Da sie keine Schilde haben Und eher kritische Schaden erleiden Sind Eldari Schiffe gegenüber Blitzschlägen besonders empfindlich Ah Sollte man mal sich merken Ja, ein Schlachtplan, aber noch zu wenig Ruhm Ja, definitiv sind einige noch echt beschädigt Und die sind echt gut Die, äh, die müssen wir eigentlich immer dabei haben So So Ich muss nur mal ganz kurz gucken Wo jetzt was war Was wir noch machen wollten Machen sollten Ähm Hier ist auf jeden Fall eine Mission Was war noch? Vernichtung der Plage Das ist hier Aber Jetzt nur Ach, hier hinten Okay Dann müssen wir erstmal das Agrippina-System reinigen Haben wir dort schon Hupsala Haben wir dort Einheiten? Nö Haben wir nicht Hier sind wir ja quasi dabei So, jetzt gebe ich Mache ich mal was Was ich sonst nie mache Ich gebe hier mal Geld aus Weil die sind geschwächt Das sollen wir echt nutzen Das müssen wir echt nutzen Um die hier wirklich den Garaus zu machen Und dann haben wir nur noch echt die Necrons Können wir noch eine Flotte bauen? Minimal Geld haben wir Den mache ich noch nicht platt Mit seinen 600 will ich es mir noch nicht anlegen Ich überlege, ob ich hier eine Flotte baue Haben wir echt? Hier sind doch vier Flotten, ne? Da müssen wir doch irgendwo noch Einheiten haben Im Kardia-Sektor Ach, hier ist meine Reserve gewesen Wir machen das anders Die Reserve Wird ins Kardia-System fliegen Und sich weiter aus Vergrößern Oh Da habe ich was vergessen Scheiße Scheiße Scheiße, scheiße, scheiße Gut, dass ich gerade meine Reserve erwähne Joa Können wir in Kardia irgendwas verbessern? Schiff wirft Werft Ist nicht verkehrt Machen wir mal Landebuchten Weiß nicht Komm, den Rest sparen wir einfach mal Wir müssen echt nur auf die Necrons aufpassen Das ist nicht wenig Die sind echt Sind da So Dann Dentor Die Iron Warriors verteidigen Aber Spire halten sie auch nicht auf Ich bin mal gespannt Wie sich die Nova-Kanone Oder die Nova-Kanonen Jetzt da Mit dieser Station Die ankommen Ich hoffe, ich habe sie auch dabei Ich bin nicht sauer Die brauchen wir jetzt Mal gucken, ob die KI uns die gibt Ja, ein Schiff Ja, ein Schiff sehe ich So, trotzdem Der muss hierhin Ja, die Hauptstreit macht geradeaus Keine Gnade Ne, sollt euch breit aufstellen So Und bewaffnung Feuer frei So Wo ist die Station Da Noch nicht eine Reichweite Die Schiffe, die das beschießen können Die würde ich hinten lassen Damit sie ein, zwei Meter Nova-Kanone draufballern Und die anderen Schiffe werden dann schön Zwei feindliche Signale Das ist nicht viel Und die anderen Schiffe gehen dann in Nahkampf Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß Die führen Die enemy has seized a strategic area You have seized a strategic area So Sag mal halt Du darfst weiter Du darfst weiter Du darfst noch in den Nebel fliegen Burn Retros Your orders Hier drei Schiffe Feuer Und damit ihr gleich Spaß habt Nein, noch ein Tuck ist die Nova-Kanone entfernt Optimal Core Set Mal ein Stück ran Du auch Mal ein Stück Bedeutung Oder Das ist ein Stapier Wir haben es bereit zu servieren Feuer Vorher Wir warten auf Ihre Behandlung Feuer Feuer Ich, potsier Komm, Herr Ihr dürft den übernehmen. Und ihr da drauf. Feuer. Jetzt kommt hier aber was Schönes. Ah, die schießt meine Torpedos ab, die Schweine. Feuer an Bord. Wir könnten hier ein paar seitlichen Beschuss. Feuer. Abfangen. Jäger. Los. Und Nahkampf. Rüber. Seitlich. Feuer. Und Truppen rüber. Ah, die haben schon wieder ein Schutzschild, verdammt. Kommt seitlich ran. So, du darfst dich mit denen da anlegen. Nova-Kanone bereit. Feuer. Feuer. Jawohl. Schneller nachladen. Schneller nachladen. Hier, auf den. Und er geht mir auf den Sack. Hey, da gibt's auch einen dicken Nahkampf. Ah, die nehmen den Punkt weg, die Schweine. Aber ist egal. Nee, schade. Wir haben die Schläge wieder. Feuer. Woher durch die nächsten da. Die Station muss doch mal sterben. Ich habe keine Angst. Feuer. Die Station will echt nicht verrecken, oder? Oh, auf den nächsten da. Oh, ja. So. Den Punkt einnehmen. Den Punkt einnehmen. Danach dürfte er es wieder schießen. Den Punkt einnehmen. Feuer. Und schneller nachladen. Ah, muss doch nur ein, zweimal treffen, oder? Ah, voll. Na, Gas. Keine Chance. Aha. So. Energie aus. Oh, dann holen wir noch den letzten. Oh, dann holen wir noch den letzten. Gebt Gas. Der muss ja irgendwo noch sein. Da ist er. Ach, da hinten ist er. Da hinten. Ich habe auf der, äh, falschen, auf den falschen Fleck geguckt. Wollen wir mal gucken. Das wird jetzt schön. Könnte eigentlich leicht wegsteuern. Nur tut er auch. Ach, scheiße. Scheiße. Voll falsch geschossen. Dann kriege ich dich damit. Das mir doch wohl ist. Auf jeden Fall wirst du noch draufgehen, mein Freund. So. Den Punkt haben wir. Das heißt, ihr dürft jetzt auch von Verwaffnung und Feuer. Oh, wir haben doch Bomber, die wir losschicken können. Ich hoffe, die kommen an. Ich hoffe, die kommen an. Einer kam an. Wir sind bereit, zu servieren. Oh, einen Schuss haben wir noch. Ha, 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 ha. Der glüht da vorne schon, ne? Vor Freude. Ach, ich liebe die. Ich liebe die Nova-Kanon. Ich liebe sie. Es macht einfach nur Spaß, mit denen zu schießen. Das Dentor-System gehört uns. Jetzt haben wir nur noch da unten diese eine Flotte mit einer Stärke von 600. Hier würde echt nochmal wehtun. Und dann haben wir im Akrippiner-Sektor nur noch die Necrons. Und wir haben gerade eine Errungenschaft freigeschaltet. Die Speerspitze. Ich finde das schade, dass ihr das nie seht, diese Errungenschaft. Nur ich finde das irgendwie doof. So. Ah, der hat ein bisschen Schaden gekriegt. Aber echt, diese Nova-Kanonen sind einfach nur geil. Und wir haben Ruhmrang endlich 6 mehr Führung bei 1000 Punkte. Noch eine Kapazität bekommen. Befehlskapazität. Jo. Und hier geht es echt in die Scheiße. Ja, einfach. Ah, ich würde sagen, wir machen hier erstmal die Necrons weiter Platz. Ah ja, und dass Chaos kommt. Wo war denn das? Zwei Züge. Eine Runde haben wir noch. Sag ich mal Zugbänden. Oh, die Necrons habe ich ganz vergessen. Da mache ich mal eine Autoschlacht. Dürften wir eigentlich nichts groß verlieren. Na gut, wir sind hier leicht beschädigt. Aber gut. Oh, der springt weg. Das ist noch besser. Aber ich muss erst in unten den Typen platt machen. Bevor wir da irgendwo weiter eine Baustelle aufmachen. Schade, dass es keine Upgrades-Punkte gibt, wo man ein bisschen Geld verdient, ey. Senkt die Ablängszeit für Befehlsfertigkeit um 15%. Hm. Triebwerke interessiert mich nicht. Die Abklängszeiten von Befehlen und Stellungen werden um 10% reduziert. Mood wird erhöht. Stellungen können verwendet werden, selbst wenn das Deck zerstört ist. Das gilt nur für Linien-Schiffe. Hm. Linien-Schiffe ist jetzt nicht so der Hammer. Der Effekt Feuer an Bord wird um 25% reduziert. Das klingt schon mal nicht schlecht. Start- und Landebuchten. Plus 1 geht auch. Distripte, Überladung. Hm. Ich gehe mal auf die Hülle. So. Das Chaos kommt in einer Runde. Da können wir hier nochmal... ...was besorgen. Leider können wir jetzt hier die Flotten nicht verstärken. Ach. Das ist ja... Das ist ja... Scheiße. Oh, oh, oh. Ich könnte sie noch da hinspringen lassen. Das Problem ist, nächste Runde kommen die ja, ne? Wir machen es andersrum. Wir machen es andersrum. Wir können auch eine neue Flotte gründen, oder? Zurzeit greifen 960 Punkte Chaos an und wir haben nur 500. Wir gründen jetzt hier eine Flotte. Was habt ihr denn so im Angebot? Ach, ich will keinen leichten Kreuzer. Adeptus haben wir schon alles. Mechanicus. Alles leichte Kreuzer. Habe ich schon mal gesagt? Ich will keine leichten Kreuzer. Sabortex. Sabortex. Marsflotte. Lucius. Akrepina. Acrepina. Acrepina. Haben wir ja quasi erst freigeschaltet, ne? Acrepina. Wir nehmen noch Acrepina. Mh... Mikrowarpsprung kann man gebrauchen. Destruktorbombe. Ich nehme ihmchen. Können wir jetzt den noch ein bisschen verstärken und noch ein besseres Schiff kaufen? 429 Thaler haben wir ja noch. Wir können nur auf leichte Kreuzer zurück... Ne, hier. Komm, komm. Ich bin ein Kreuzer. Diktator. Nova. Lanzenturm. Nova-Kanone. Der Tyrant hat auch eine Nova-Kanone. Nova. Die haben ja alle Nova. Ich nehme trotzdem so einen Diktator. So, dann haben wir noch ein bisschen Taschengeld. So, dann haben wir noch Punkte. Jetzt haben wir kein Geld mehr. So, jetzt haben wir da drei kleine Flotten, aber das sollte das Chaos aufhalten. Hoffe ich mal. Na, wir müssen die drei Flotten, die hier sind, irgendwie aufbauen. Dann könnten wir von hinten kommen oder so. Wohl erst hätte ich gerne dieses Rennsnore-System. Rennsnore war ja komplett an der Seite, ne? Genau. Na ja. Wir wenden mal den Zug. Oder besser, ich beende hier erstmal die Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like, einen Kommentar. Oder ein Abo. Unterstützt das Imperium. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.